ja liebe leute herzlich willkommen zurück zurück mit der nächste route und das ist die route 16 das ist aber alles pokémon das auf dir sind das ist mich ja von daheim sehen nein finger weg meint alles meint fest weil ich ja er fängt an mit einem entkommen natürlich sind die pokémon am einigen unterlevel so dann gehst du mit durchbruch drauf und du bleibst bei dem rasierblatt das war keine absicht naja das war natürlich nie geplant und gute nacht endon im wahrsten des wortes so 186 123 hier und das team wächst nicht weiter oder ein weiteres entorn bitte jetzt kommen wir nicht mit drei entort an drei hast du nicht zwei hast du nicht nur so einmal das und endon ist erledigt so erledigt der kämpfer ist besiegt die wochen weiter gute 16 war das gerade eben jetzt sind wir auf die route 17 tatsächlich sogar wir haben noch oh guck mal Aquana da läuft ein Aquana mal eben frei rum du hast nur das Aquana okay okay das ist kein Problem und der kombi ist das nicht das Problem die bellsen wenn man sie auf naja jetzt ist vorbei und da durchbraucht machte am ende da ein final es ist Aquana fast immer 49 mittlerweile für lobo das war die richtige entscheidung gegeben auf körper zu zu setzen so ein item ein weiterer super krank du hast ein blitz da jetzt wahrscheinlich noch würde mich nämlich nie wundern so blitzer ist wahrscheinlich die härteste los jetzt wobei ich da kein problem mit der so einer blättertanz drauf ist jetzt so ein blitz einfach hoch höchstwahrscheinlich es geht auf dieser floor warum auch immer nein mir soll es recht sein aber ich hätte nicht gedacht dass es tatsächlich jetzt auf dieser floor geht level 49 für quappo so kein weiteres pokémon was hier im level steigt und jetzt fehlt mir noch ein trainer und das ist bist du hier mit dem flamara da geht das aber relativ schnell die route ich nicht gedacht die frage ist ob das die route schon zu ende ist wahrscheinlich sind nur noch blühtrainer und da geht ein weg vor uns oder möchte ich gerne das alles abarbeiten ich möchte nämlich gerne alle trainer mit dem spiel vorhanden sind so dann hast du es ein flamara okay dann gehst du da drauf und du bleibst bei deinem schlafpuder mein freund oh flamara geht nicht da schlafen naja egal werden kann es sich dann doch nicht gut perfekt ja der trainer ist da und du hast du gut das zeigt was ihr pokémon für habt ihr habt ein chillock es gibt ja niedriges pokémon als meins bist du bereit dieser tatsache zu stellen ja egal wie auch immer dich dieser tatsache zu stellen so ist es richtig gut dann gehst du jetzt auf chillock ok durchbruch und kassierblatt überlebt ihr durch überlebt die in rasierblatt was drei pokémon ok maxi tonn kurz dächtle maxi tonn maxi tonn hat den 2 typ stahl deswegen ist die tatsache sehr effektiv level 44 verhüb nur noch ein knogger hast du als letztes ok und tschüss knogger ja gut wie gesagt das ist jetzt alles nur so nebenbei noch bei werk weil ne mal hier oben so ein wildes pokémon hier sitzt das windrad ne wenn man dann geht es hier rein ein super lock parfüm das ist halt ein dodo ok oh guck mal ein evoli ja ja evoli auf dem kopf oder warte ich habe den evoli die ich kann nichts weiter austauschen ne ne ja klar nicht weiß ich nicht raus so so evoli oh ein bonita das habe ich auch noch nicht das habe ich auch noch nicht das ist das irgendwie noch getroffen aber direkt mit dem ersten ball und ein neuer eintrag im pokémon 6 bonita ich glaube das ist sogar ein komplett neuer weil das haben wir noch gar nicht gesehen und level 54 pikachu übrigens ja das könnte theoretisch schon ein bisschen dauern bis wir in die pokémon die da kommen was haben wir denn da oben noch und haupt sie ok das ist so wichtig die ganzen dodos die rennen hier durch die Gegend das ist noch ein item da muss kommt kein trainer mehr wenn ich richtig gesehen habe oder guter schöner trainer ne ja ok dann haben wir das auch soweit bonita hammer ja gut es ist nicht per se der radweg es ist halt wirklich ein Fußweg ein Küstenfußweg ich weiß was da noch ein trainer ist ok da oben so einer hm was mag der da oben haben manki radsaft irgendwie sowas ja dann habe ich es doch richtig gesehen an den Füßen da dann gehst du jetzt auf ich dachte der würde jetzt erst uns in ruhe lassen erst dann wenn wir einen wirklich anquatschen aber der möchte sofort kämpfen also hat auf jeden fall ein radsaft das ist klar das war einfach kurz ein mega sauger damit ich mal ein bisschen auf volle kp komme fast 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 gewann hätte mein freund ok super gut georg ist jetzt auch nicht so wirklich das perfekte update ich denke georg sollte sich wahrscheinlich schon verabschieden jawohl ja und das ist jetzt so gelohnt hat diesen Wechsel zu machen so einmal noch mega sauger dann ist das Thema radsaft gegessen und dieser trainer hier besiegt sauer dann haben wir den trainer auch besiegt dann können wir uns hier um diesen Grund legen hier kümmern auf dem Pokémon Weg kann man sich echt gut entspannen kämpfen was oh entschuldigung bin du weggedüst ich bin der Trainer Coach willst du etwa gegen mich kämpfen ja dann mal los jetzt ja jetzt jetzt wir die 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 wo ist das borsche aber das tut einem wieser flora gar nicht so gut und das hätte dem kopf auch genauso wenig gut getan aber im tag zu design nicht gut so nach dieser rote können wir dann endlich auch und so aufmachen richtung pokémon liege liebe leute aber noch ist ein bisschen zu tun dann noch das bboy hier vor uns das war mir klar dass das pokémon überlebt aber die kaskade die danach kommen die kann es nicht wegschicken so einmal nur so ein dama und dann ist das thema gegessen die blätter tanz im dritten impact ist auch nicht ist jetzt egal weil wir glaube ich das immer glaube ich durch mit dem trainer kampf ja wir sind durch das hatte spaß gemacht ja das kannst du damit bestimmt was anfangen die thema 58 schlackbohrer hoher vollkampf kaputt ist immer gut von liter entern wir haben wir beide schon so du haben wir genauso wenig ja genauso oder zum eigentlich jetzt hoffentlich durch oder so kommt da noch ein bisschen mehr haben wir doch irgendwo ein trainer den wir ja noch übersehen haben also nicht kein trainer jetzt gerade aber ein tregaria trainer okay da unten ist noch einer also haben wir doch noch ein trainer minimum ein nugget by the way so das ist eine schönheit die mit einem tregaria zumindest aufläuft gut dann gehen wir hier auf eisheb und ich kann jetzt mit schlafbrüdern jetzt anfangen das heißt ich gehe auf blättertanz weiter aber die wir auch nicht abziehen würde ich wahrscheinlich irgendwie war doch gut einfach die hälfte oder eishebkills dann damit haben wir das erledigt hier mit auch bei level 50 erreichen schon so haben wir jetzt alle trainer nein da unten da ist noch einer mit einem so billy cat also wir haben doch die vierze trainer hier unten rumlaufen das ist gut das ist immer gut das gibt wichtige erfahrungspunkte wichtige level auch im hinblick auf die pokémon liga die wir dann hoffentlich in zwei drei folgen und dann werden wir uns anfangen dann werden wir auch eine alte bekannte wieder treffen aus einer frühen folge ich glaube es folge 17 war das oder 15 oh gott ja hier dann doch noch an lorelei die grütter zum team dem top vier die wir auf jeden fall dann auch treffen so einmal mega sorge bitte auch guck mal so wie die gelle schon da das reicht aber nicht um das pokémon komplett irgendwann wieder verkündet aufzuladen dass man wir reisen dann ja zurück zu nach prismania city und dann müssen wir so darauf ist auch koko weiter oben ist noch ein ach kurz doch noch so viel tränen hätte ich nicht gedacht das hätte ich nicht getragen wie gedacht sehr sehr viele trainer das haben wir fast klar und ich hoffe dass der eis die bis zu wenigstens im mediator besiegt aber ich glaube nicht dran natürlich nicht sicher kinesis egal welches zu beiden serie aber dieses koko weiter mir doch keine chance gehabt aber ich muss ja auch mal überlegen wenn ich pokémon let's go eboli let's play wie viel wie mein team denn auf jeden Fall aussieht ich will ja dann sechs andere pokémon ins team holen um nämlich diesen einheitsbreit zu haben ich weiß auch nicht wie ich dann auch anfangen werde naja erstmal treffe ich auch wohl nona flammen wurf flammen wird wahrscheinlich wieder flora aber klappt so und die kaskade und nur da weg und jetzt bin ich gespannt was er noch aussetzt also koko fallen will nun und was hat er dann noch in der hand stami okay so ich will mal auf die blättertanz um die stabe überhaupt nicht das mal nicht mal das gefühl zu geben also drei gute pokémon durchaus so gut dann haben wir das auch und dann müssen wir jetzt nochmal unser team ein bisschen heilen weil langsam gehen wir nämlich die kp ein bisschen runter zwei gefühlt und super trinken mal rein ballern und dann über heiler und jetzt geht's im quapp auch noch kurz eben ans herz ja wir haben schon viel viel wir haben ein gutes team mittlerweile was uns mittlerweile so gut gewachsen ist so du hast bestimmt noch einen wohlpix wenn du jetzt ich w w w w w Ja, das ist gut. Oh, da ist ein bisschen Knosp. Ich weiß nicht, ich muss jetzt, äh, warte mal, das muss ich jetzt anders machen. Ich gehe mal auf Eishieb, was am einfachsten ist. Ich weiß, dass dieser Knosp, die Wohlwicklung dieser Flur ist, deswegen kann ich hier nichts machen gerade. Machen wir es einfach so. So, der blättert uns drauf. So, damit haben wir das Thema auch erledigt. So, wir müssen... Item, ein Superschutz, okay. Ich glaube, dann haben wir auch alle Trainer, oder? Diese Alte mit meinem Rival, ne? Ei, ei, ei. Kann ich die Alte nicht irgendwie komplett ausschalten, oder wie? Naja. So, hier unten müsste noch weiter Trainer sein, oder? Ja, wie immer. Dann haben wir hier unten noch zwei, drei Trainer. Zumindest mal einer mit dem IBI-Tag. Ich mache die jetzt komplett durch, Jane. Da kann man nämlich wirklich in der nächsten Folge mit dem Weg zur Siegestraße anfangen. So, IBI-Tag. Ich kriege jetzt auch einmal noch kurz den drauf. Oh, wir kommen mit dem Porsche-Nabel, das tun sie! Ist mal gut, den Star. Hier, mit dem. Mal gut. Oh, jojojojojoj, na ja. Gut. Und dann Dudry hinterher. Dudry haben wir überhaupt auch schon gesehen. Alles schön heiß. Irgendwie wehtust. Hast du einen Schlaf? Oh, nein. Ja. Hohen Frieden. Hahaha, ich hatte schon gedacht, dass du irgendwas vorhast. Nimmst du den hinterher. So, dieses Dodri. Hatte keine Chance. 45 für Hypno. Und der gute Pascal ist besiegt. Oh, da läuft ein Dodri sogar rum. Ah, du mitabscher Trainer. Ich wollte das Dodri fangen und nicht dich. Okay. Ein Taubas. So, aber auch dieses Taubas geht jetzt mal schlafen. Warum auch immer das im fliegenden Zustand, äh, im schlaffenden Zustand fliegen kann? Weiß ich nicht. Normalerweise müsste das ja auf den Boden fallen. Das tut es aber nicht. Ich hab viel wenig... Ich hab wenig AP mittlerweile. Da müssen wir echt langsam ein bisschen haushalten. So. Der Megasauger killt es dann mal kurz eben. Und du kommst mal her, mit dem liebes Dodri. Ich will dich nämlich fangen. Bisher haben sie mich nicht nur gesehen und ich noch nicht gefangen. Aha, der eine Pokéball hat es am Ende noch mitgenommen. Und zwar direkt gefangen. Der eine Pokéball, der am Ende noch versprungen ist, hat es am Ende noch geholt. Und ein 53 Wieserflor 50 für Golbert. Einzig. Na gut, Alcani und sowas sind noch nicht auf Level 50. Aber wir nehmen auf jeden Fall erstmal das Dodri hier mit. Und dann haben wir jetzt gleich den letzten Trainer vor der Pokémon-Liga. Nehmen wir vorher noch dieses X hier mit und dann holen wir uns den Trainer hier. Und da sind wir durch. Freude. Da kommen vier mehr müssen wir nicht machen. Er hat auf jeden Fall erstmal drei Pokémon und fängt mit einem Porenta an. So wie da auch so ein Flugtrainer. Porenta setzt auf jeden Fall Wruck zu Keep. Und geht auf Quappo. Eher nehmt ihr den. Und tschüss Porenta. Da hat er auch ein zweites Porenta noch. Auch der zweite Schlafbruder-Einsatz, der fehlt sein Ziel. Okay. So, der nächste, der jetzt drauf geht. Ja, da wieder ein drittes Porenta. Können wir die Kombi doch ein drittes Mal durchziehen? Eißhieb drauf. Und Wieser Floor mit einem Schlafbruder-Einsatz nochmal. Oder fehlt das wieder sein Ziel? Diesmal geht er auf Wieser Floor. Und der dritte Schlafbruder sitzt dann irgendwann mal auf dem dritten Pokémon. So, aus der Pöri mache ich Suppe. Mein Freund. Und gute Nacht. So, dann haben wir das Ziel mal gegessen. Dieser Vogelprofi, es besiegt, liebe Leute. Wir sind durch, Freunde. Wir machen uns jetzt noch auf nach Vietania City. Und dann sind wir komplett durch. Heute. Also, zumindest mit dieser Folge hier. Hallo, Pikachu, mein Freund. Ja, Pikachu mal abend uns. So, Himmelsritt. Und dann haben wir, glaube ich, alle Routen. Außer die Seeschau-Insel. Aber die machen wir auf jeden Fall noch. Diese beiden Routen hier, die machen wir auf jeden Fall dann. Wenn wir dann uns irgendwann mal um Arctos kümmern. Nach der Pokémon-Liga, würde ich sagen. Dann fangen wir nämlich auf die legendären Pokémon. Es sind ja drei Stück auf der anderen Zahl. Eventuell nehmen wir sogar schon in den nächsten Folgen eins mit. Weil Labados sitzt auf der Siegestraße. Gucken wir mal. So, ich gehe jetzt mein Team jetzt mal kurz heilen. Und dann machen wir Feierabend. So. Wunderbar. Dann haben wir das erledigt. Und dann machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Let's Play Pokémon Let's Go Pickup-Jubu. Und dann geht es in Richtung Siegestraße. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.